Kam ich von da? Ich bin noch diesen Weg schon langgegangen, wieso? Achso, lol Ich bin aber komplett falsch gegangen Ich bin da langgegangen und dann... hab ich ja nur rumgekämpft Aber es hat doch gar keine Kugel, oder? Na egal Gehen wir mal hier hoch Ach, das ist schon wieder entdeckt Boah, zwei Ordner Verdammt Mein letzter Fall ist erstmal ein Extractor-Typ Nein, heilt euch nicht, warte mal So Fühler Trilid, schnell, 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 heil mich Hopp Ach, nice, danke Ich muss mal den einen erstmal schön in den Schock bringen Den muss ich zumindest einen schon mal relativ unten haben Ja, er ist im Schock Ich muss den nochmal vernichten auch Während der im Schock-Zustand ist Aber ich möchte nicht, dass... Fungi stirbt So kann die eine sich mit dem einen kümmern Und Hopp und ich kümmern jetzt um die hier Wie sind die Ordner eigentlich immer Frauen? Kann das sein? Wie sind die Ordner eigentlich immer Frauen? Kann das sein? Okay, der ist das Tod Das können wir auch in den Schock-Zustand führen Okay, ich guck mal gleich nach, ob ich bei Lightning als Healer irgendwie Engel mal machen kann Ich glaub ich hab jetzt genug Äh, Schutzeilpunkte Um das so ein bisschen zu pushen Hm, vier Sterne Äh, Kastarium Lightning hat wieder 1120 Heiler ist immer noch Stufe 1 Wo war jetzt das? Ne, das brauch ich nicht Dann mach ich nach oben Ich mach nur das Wichtige Da ich nur so schnell wie möglich Zum Engel kommen will Dafür muss ich da hin, dann da hin, dann da hin Dann hab ich Engel Okay Alles andere könnte ich irgendwann anderes mal nachholen Wenn ich genug Kristallpunkte habe Ah ne, wir müssen da oben lang Der Dark Souls wird auf der Fall auch noch weiter gespielt Äh, ich schätze mal Wenn ich mit Final Fantasy erstmal durch bin Oder vielleicht irgendwann mal dazwischen Ich muss noch schauen Uh, hier hat man wieder eine Drohne Obwohl es keine Drohne Das war eine... Das war anders für ein Viech Doch Drohne Ich hab mir das Teil erstmal 160% Alles im Schock-Zustand Was ist noch so immun gegen Feuer Aber dafür Wasser und Blitz Hat auf jeden Fall einiges an TP Hat auf jeden Fall einiges an TP Fällt es heute erstmal mit einem Manipulator oder so Ein bisschen D-Buffen Aber ne, jetzt haben wir Schock-Zustand Ich hoffe, im Schock-Zustand ist er schwächer Boah, 1400 machen wir jeweils Ja, das ist auf jeden Fall effektiv im Schock-Zustand Und der ist aber relativ lange im Schock-Zustand Blitzra Blitzra Komm mal noch ein Eisra Ah ne Eisra ist ja Richtig für Fehler ging 2600 Schaden Ich bin dann noch unternommen den Lightning Oder steuern könnte Ich glaube, das war die einzige Drohne Oh, da ist ne Truhe Was haben wir hier ein Flammenring, cool Flammen gegen die hilfreich sind, ich weiß es nicht Ein Blender bräuchte ich echt mal. Wenn ich diese Ordner viel schneller töten könnte. Rotes, Wali, Attack, alles hier, Hashtag. Übertreiben ja auch immer so heftig. Ach komm, während die da so übertreiben, machen wir das genauso. Oder? Es ist ja nicht so, dass sie die Einzigen sind, die das machen können. Aber es ist ein bisschen fein, so wie es aussieht. Oh, du musst dich heilen. Also das gleiche mal weiter an. Okay, jetzt habe ich auch Protests. Fang auf Colts, alle haben Protests. Komm, mach da irgendwas anderes cooles. Wallungen, genau, zum Beispiel. Gibt auch noch Wallungen. Die wollen genauso cool aussehen wie diese Ordner. Fang war auch noch Wallungen. Oh, aber wir sind gleich gleich zum Tod. Und dann bleiben wir das mal so. Jetzt haben wir ein paar Buffs. Besser als gar nichts. Hope fährt nochmal durch mich heilen. Okay, noch einmal auf mich. Irgendwer muss ich da wieder. Och toll, jetzt blockt er hier alles ab. Ist ja so unnötig. Aber noch nicht, wenn ich das. Das will ja wahr sein. Jetzt aber. Und jetzt, die haben das in den Ordner. Oh, guck mal, die haben sogar ihre Buffs schon verloren teilweise. Aber nur, weil der Kampf so lange gedauert hat. Oder weil der Manipulator sie gekräftet hat. Kann natürlich auch sein. Fang, weil der Manipulator. Aber auch immer sehr effektiv. Oh toll, der ist aber kein bisschen entkräftig. Das freut sich über Neil. Die ist ja eigentlich meine Manipulator. Ach komm, geht doch endlich down. Hier sollte sie down gehen. Nee, immer noch nicht. Doch, wenn sie runterfällt. Oder so. Hopp hat sie schon im Flug vernichtet. Ah, vier Sterne schon wieder nur. Schade. War wahrscheinlich zu lange gebraucht wegen den ganzen Baffen. Okay, da oben ist jetzt wieder irgendwas lustiges anscheinend. Oh, ja, eine Drohne. Ich hätte sich eigentlich echt gern einen Präventivschlag dagegen. Guck mal bitte in die andere Richtung. Dieser Typ soll in die andere Richtung kommen. Okay, ich gucke mal nicht in die andere Richtung. Versuche es irgendwie so. Ich versuche von hinten. Die Drohne sieht mich gerade bestimmt hundertprozentig, oder? Ja, jetzt ist es animiert. Ach, toll. Okay, das sind so ein paar Invasor. Ich hoffe, ich habe nicht mehr ein Go-Down-Camp. Oh, Eis, Hydro, Feuer. Ich fange einmal alle Elemente durch. Luft, Wasser, Feuer, Eis. Moin, moin, Kappa. Oh, toll, jetzt klappt er schon wieder. Ein Angriff, wenn er so... Schock zu stoppen. Ja, jetzt ist er ein Schock zu stoppen. Jetzt sollte er auch darum gehen. Gollum, ja. Ja, er sucht seinen Ring. Nee, gestern hochgeladen noch. War eigentlich von der vorletzten Session. Von Days. Oh, das ist jetzt, um es hochzuladen. Großzeug. Mit zwei Ero. Na, wie steht noch? Er ist ja auch so viel TP hart. Er macht gar nichts, wenn er in einem Schockzustand ist. Aber, hauptsache, er hat nur große Verteidigung. 5000 Damage. Er ist immer noch im Schock, oder? Ist gut. Wir sind gleich bei 999 Prozent, wenn das so weitergeht. Oh, der ist dauernd. Und er war nicht mal im Schock zu stoppen, als wir ihn dauernd gemacht haben. Nee, warte, er lebt ja immer noch. Ich dachte, er wäre dauernd. Okay, jetzt aber. Was soll ich gestern? Alle haben dich vermisst gestern. Okay, es wird Zeit, dass ich mir ein paar Blender kaufe. Irgendwo muss so Blender geben, oder? Obwohl, soll ich mir die wirklich kaufen? So, nur Geldverschwendung. Schauen wir mal kurz nach. Geschäfte. Drogeriemarkt. Nein, hier nicht. Ballisto Bazaar. Nein, auch nicht. Hier auch nicht. Boah. Waffen sind sehr teuer, merke ich gerade. Gut, dass ich hier jede Waffe einmal habe. Wenn ich die ja verkaufen würde, kriege ich ja richtig viel Kohle, oder? BMW, Leben und Überleben. Äh, da sind Accessoires. Nicht alle fast habe. Schutzfetisch. Deval Resistenz. Schutzfetisch, Stufe 1. Teilband. Deprotest Resistenz. Huhnreif. Auch gut. Titanreif. FTP plus 200. Huhnreif. Magischen Momente. Amulette. Schade. Wo gibt es denn jetzt subsidieren? Großknochen Eisenpanzer. Bis Biestkrallermeer. Ha, so, okay, danke. Und dann nur Malzbier. An die Novas Werkstatt. Ne, ich habe noch keinen Laden, wo ich Subsidien kaufen kann. So viel zu dem Thema. Könnte mir gar keinen Blender holen. Schade. Oh, ist schon wieder alarmiert. Ähm, erstmal nicht. Vielleicht spielen wir jetzt bei Final Fantasy, bis ich zum Handball muss. Also, wenn ich dann wiederkomme, oder muss ich ja noch schauen. Oh, nein. Wir haben so gestern wieder eine relativ große Gruppe, bis dann später den Hacker kam. Ganz am Anfang ging es echt gut. Wir haben ein paar Stunden gespielt. War ganz gut. Haben ein paar Leute getötet. Mit einem Cutie Pie und so. Und dann war da einer, der hat der Godmord, wie kann er ihn nicht töten. Wie fühlt man sich denn lustig? Schneller Kampf. Ach komm, ich möchte nicht zu diesem Dreckspriester oder was auch immer der sein will. Ach, Mistschuh, wieder alarmiert. Gegen diese Ordner will ich unbedingt einen Blender haben. Die sind einfach so stark. Die sind einfach so stark. Oh, das ist auch ein Gäste. Ungefähr. Das war das Gönome-Video. Aber das war ja davor. Das war ja nicht die Crash-Session von gestern. Das war natürlich schon vorher. Aber Bauchkopf, die war ganz lustig. Hast du recht. Oh, das kräft sie mich an. So, erster Ander ist down. Jetzt heil ich mich kurz hoch. Guck, ist das im roten Bereich. Das passiert mir nicht so. Okay, das reicht schon. Neue Strategie. Aber war das die Session Ducklands? Hast du die ganze Session nicht gesehen mit Gollum? Hast du auch das gesehen, die Story in Elektro bei YouTube? Und dann, der crazy Taxi Driver.